Wie bei unserem Webinar letzte Woche gesagt, hat niemand auf der Welt so viel Angst vor dem Klimawandel als die Deutschen. 31% der Deutschen fürchten sich vor dem Klimawandel und haben Angst vor etwas, das sie offensichtlich in den Wahnsinn treibt. Und bei die Grafik eingeblendet sieht man ganz klar, Deutschland Platz 1 auf der ganzen Welt in Angst vor dem Klimawandel. Ja, und den Wahnsinn, der da um sich treibt, vor allem in Deutschland, da kann man dann auch nicht mit Fakten dagegen argumentieren, dass beispielsweise das gesamte Sonnensystem erwärmt, dass es böse CO2 nur 0,04% in der Atmosphäre ausmacht oder dass die Sonnenaktivität in den letzten Jahren einfach stärker geworden ist. Ja, da aus dem Wahnsinn kann man mit Fakten relativ wenig argumentieren und deswegen kommen wir gleich zum nächsten Wahnsinn. Und zwar in Zahlen kann man ihn feststellen. Und zwar das EU-Budget ist der Wahnsinn in Zahlen. Man kann darin deutlich sehen, für was das Geld in der Europäischen Union ausgegeben wird. Und zwar 442 Milliarden für Zusammenhalt und Werte. 378 Milliarden für die Umwelt. Und damit machen diese zwei Bereiche für, sagen wir mal, Umerziehung der Gesellschaft und den Green Deal, die Green Economy der Europäischen Union, über 60% des EU-Budgets aus. Und da muss man ganz klar sagen, das ist der Wahnsinn, der über Europa und allen voran über Deutschland hereingebrochen ist und der mit einer großen Angst gerechtfertigt wird. Und am Ende des Tages, Herr Benjamin, gibt es zwei Länder und Bundesstaaten auf der Welt, die Chemtrails verbieten, aber uns dann gleichzeitig gesagt wird, dass es die ja gar nicht gibt. Gegen was dann Gesetze gemacht werden, wie in Tennessee, ist für mich die große Frage. Ein anderes Beispiel dazu, und das ist für mich persönlich natürlich ein spannendes Beispiel, und zwar in Florida. Florida, das im Schnitt 1,5 Meter über dem Meeresspiegel liegt, hat man keine Angst vor dem Klimawandel. Im Gegensatz, die teuersten Gebäude der Welt werden derzeit von den großen Big Playern der Welt dort gebaut und in der gleichen Zeit verbrennt man in Deutschland und Europa das Geld der Bürger fast schon auf offener Straße. Und mit diesem einfachen Beispiel sollte der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt, Deutschland, auch ein kleines Licht aufgehen, dass es jetzt Zeit ist zu handeln. Und ansonsten wird Deutschland ein Opfer der Politik, der Green Deals und der Umerziehung absolut werden. Und dieses Video hat absolut die Sprengkraft, dir das Licht aufgehen zu lassen. Deswegen unbedingt sofort teilen, Kanal abonnieren und Glocken hermachen. Auch dieses Video wird Licht ins Dunkel bringen, was der WHO-Pandemie-Vertrag mit dem cleanem Irrsinn zu tun hat. Mein Name ist Hannes Hörtnagel. Ja, mein Name ist Deutsch Benjamin und das Thema Klima und WHO-Pandemie-Vertrag, das haben wir schon oft behandelt. Aber was hat das eigentlich wirklich das Ganze gemeinsam? Ganz einfach, der WHO-Generaldirektor stellt eine Krise von internationaler Tragweite im Alleingang fest. Also die totale Zentralisierung von Macht. Und dann soll nach dem WHO-Pandemie-Vertrag die WHO einschreiten eben und die nationalen Staaten wie Österreich, Deutschland oder die Schweiz entmachtet werden. So zumindest die Theorie. Ganz richtig Benjamin und da muss man eine Sache sagen. Der Generaldirektor, hast du gesagt, stellt das Ganze dieser Krise von internationaler Tragweite im Alleingang fest. Und da ist auch der Bogen zum Klimabudget der Europäischen Union. Denn eines muss man sagen, ein Klimanotfall und 31 Prozent der Deutschen glauben an diesen Klimanotfall. Muss dann auch rechtfertigen, dass natürlich dann die WHO übernimmt und die nationalen Regierungen entmachtet werden. Und diese 31 Prozent der Deutschen, die den ganzen Angst vor der Klimahölle in Deutschland haben, das sind auch dieselbe Zielgruppe, die aber 70 Prozent der Wähler ausmacht. Denn das sind die 31 Prozent, die weiter brav Tagesschau schauen, die weiter brav den öffentlichen, rechtlichen Folgen und dann natürlich brav zur Wahl untergehen, um ihren Stimmzettel und ihre Stimme damit am Ende des Tages abzugeben. Und damit muss man sagen, die Menschen glauben dann gerne an die Geschichten von Mama Merkel und Papa Scholz in der Hoffnung, dass sie morgen ohne Angst aufwachen. Ganz im Gegenteil, sie werden morgen ohne Hab und Gut aufwachen und sie werden morgen ohne eigene Stimme und Freiheit aufwachen. Und deswegen macht es dann am Ende des Tages schon Sinn für gewisse elitäre Gruppen, dass man natürlich aus einer übergeordneten Institution wie der WHO abgibt, die anonym ist, wo man die Namen nicht kennt und die Akteure nicht kennt, wo man nicht einmal weiß genau, wo sie sitzt. Ja, sie sitzen in Genf, im sichersten Ort und bestabgeriegelsten Ort der Welt. Und da muss man ganz klar sagen, wenn ein Bürgermeister beispielsweise eine Impfpflicht eingeführt hätte vor wenigen Jahren, dann wären die Menschen vor seinem Haus Sturm gelaufen. Wenn eine Landesregierung das Ganze macht, dann ist das schon ein Stück weit anonymer und schwieriger. Ja, Demonstrationen gibt es dann vielleicht noch. Bei einer Bundesregierung wird es immer noch weiter, da muss man extra nach Berlin, nach Wien fahren und die meisten Menschen können sich da dann gar nicht mehr aufraffen. Wenn jetzt aber das Ganze abgeschoben wird in eine Europäische Union nach Brüssel oder gar in eine unklare Institution, die keiner kennt wie die WHO, dann wird es relativ einfach, sehr unangenehme Dinge durchzusetzen, denn dann fehlt der Ansprechpartner, dann fehlt derjenige, den man dann sagen kann, und so nicht, meine liebe Herr, und damit ist klar, was gedreht wird, welcher Film gespielt wird. Aber nun zu den guten Neuigkeiten und das, Benjamin, haben wir viel zu berichten, und zwar der WHO-Pandemie-Vertrag dürfte vorerst gescheitert sein, oder? Hannes, der WHO-Pandemie-Vertrag ist vorerst gescheitert, richtig, weil zum Abschluss der zweiwöchigen Verhandlung, letzte Woche war das, am Hauptsitz der WHO, der übrigens hier um die Ecke bei mir in der Schweiz, in Genf ist, gab es keine Einigung zwischen eben den 194 Mitgliedstaaten auf einen einheitlichen Text, was sehr, sehr positiv ist, positiv für uns auf jeden Fall. Und dasselbe gilt natürlich für die internationalen Gesundheitsvorschriften, die sogenannten IGV, weil die Verhandlungen laufen seit zwei Jahren bereits. Und Ratspräsident Charles Michel und Ursula von der Leyen, die wollten eigentlich gerade bei diesem Punkt, Hannes, ja, groß punkten, war es doch, wie gesagt, ihre Initiative und eigentlich ihr Vorhaben, das Ganze jetzt nochmal vor den EU-Wahlen hier drei Wochen, zwei, drei Wochen davor, groß rauszubringen. Auch das Vorbild des geliebten grünen Passes, sorry, für die Impfdiktatur, sollte auch mit aufgenommen werden, Hannes. Aber Gott sei Dank, muss man jetzt sagen, hat das Ganze erstmal eine Abweisung bekommen. Ganz richtig, und zwar drei Staaten haben nicht mitgespielt, man hat sich nicht einigen können auf einen gemeinsamen Text. Und jetzt wird die Zeit relativ eng, und zwar bis zum 27. Mai 2024, bis zum Beginn der Jahrestagung der WHO, muss man sich jetzt einigen, um den Vertrag auch dann noch verabschieden zu können. Und damit wird die Zeit immer enger. Weiter, es kommt danach am 9. Juni die Wahlen, die Europawahlen. Und dann ist, glaube ich, jedem klar, dann ist der Vertrag endgültig gescheitert, denn die Mehrheiten im Europaparlament werden vermutlich wesentlich anders aussehen nach den Europawahlen, als sie jetzt aussehen. Und damit ist der Druck und die Zeit enorm hoch, dass man sich bis zum 27. Mai noch einigen kann. Und dann, Benjamin, wird es auf einmal richtig spannend. Und zwar die drei Staaten, die drei Hauptquarelen, sind Großbritannien, die Slowakei und die Niederlande. Ja, die Niederlande ist klar, mittlerweile nach rechts gerutscht, nach rechts abgetriftet. Mark Rutte macht sich bereit für den großen Sprung. Großbritannien hat an und für sich mit dem WHO-Pandemie-Vertrag relativ wenig Probleme. Es geht da nur eigentlich um den Passus, dass Großbritannien sich nicht wünscht, dass kostenlose Impfstoffe auf die ganzen Welt verteilt werden. Also man geht da eher davon aus, dass man dafür bezahlen soll und man will sich damit ein bisschen reich machen. Es geht aber nicht um die Kerninhalte, wie das eben die WHO, damit die Nationalstaaten absolut entmachtet, den Pandemiefall oder den Notfall zur internationalen Tragweite im Alleingang ausrufen kann und damit dann übergeordnet über den nationalen Staaten und Parlamenten steht. Die einzige, Slowakei, hat damit ein Problem. Und zwar der Ministerpräsident Fickho, der an und für sich jetzt im Krankenhaus liegt, der hatte damit ein mächtiges Problem. Der hat das auch lautstark Tag für Tag in den Medien und überall passaut. Man hat davon im Resten in Europa, in Deutschland relativ wenig mitbekommen, aber der ist da sehr prominent dagegen aufgestanden. Als Freund von Viktor Orban und als nicht unbedingt Partner der USA, in vielen Themen hat er klargemacht, dass er ungeimpft ist, dass er sich auch nicht impfen lassen wird, weil er sich einfach die aktuellen Zahlen angeschaut hat. Er hat auch gesagt, dass jetzt untersucht werden soll, was die Impfstoffe und die Impfungen für Auswirkungen auf die Menschen haben, warum es zu so vielen Krankenständen, warum es zu so viel Übersterblichkeit in Europa und vor allem vor allem natürlich der Slowakei kommt. Und das Ganze wollte er untersuchen. Und er hat lautstark gesagt, nein, zu dem WHO-Pandemievertrag, da macht die Slowakei unter ihm nicht mit. Und dann, plötzlich und unerwartet, wie es so oft in den Schlagzeilen heißt, wird er angeschossen. Wird er fast zum unerwarteten Todesfall in der Slowakei. Und da lasse ich jetzt die Schlüsse jeden selber über. Aber jemand anderer, Benjamin, hat ja im Vorfeld schon eine klare Bitte an Herrn Ficker, oder? Ja, Hannes, und zwar der WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus auf einem Treffen am 3. Mai wieder in der Schweiz, und zwar in Genf. Und er sagte damals, ich habe eine einfache Bitte. Bitte erledigen Sie das für Sie. Tedros forderte alle Länder, die die Abkommen nicht unterstützen, auf, andere Staaten nicht zu ermutigen, sich dagegen zu stellen. Und Hannes, da glaube ich, schon sehr, sehr viel Klares rausgekommen. Und da kann ich nur sagen, es wurde erledigt, wie so viele andere Dinge in der Geschichte in den letzten Jahren erledigt wurden. Ich kann dann gut verstehen, warum, weil das in den Niederlanden der Regierung vielleicht nicht vorne anstehen will. Und ich kann die Zeichen, die ausgesendet werden, auch deutlich verstehen. Und damit sollte man eines klar verstehen, es werden die Dinge immer sehr offen und sehr prägnant kommuniziert. Und wir müssen nur zwischen den Zeiten lesen, was am Ende des Tages gespielt wird. Bis zum 27.05. jedenfalls. Die Zeit drängt, die Zeit wird eng. Aber man hat gesehen, und vielleicht auch ein großer Kritiker des ganzen WHO-Pandemie-Vertrags ist auf einmal ausgefallen. Er liegt im Krankenhaus. Er möge sich auch hoffentlich rasch und gut erholen. Aber damit muss man einfach wissen, was gespielt wird. Und die Nationalsparten machen Meita wie gehabt. Business as usual. Beileitsbekundungen von Ursula von der Leyen, die ihre SMS gerne vergisst. Beileitsbekundungen von Kanzler Scholz, den Kunde X, gerne vergisst. Und natürlich Joe Biden, der auch seinen Namen ab und zu vergisst. Sind erschüttert und die Gedanken natürlich beim slowakischen Volk und FICO. Aber auch die Tagesordnung, der WHO-Pandemie-Vertrag wird weiter fleißig unterstützt. Und zur gleichen Zeit machen Bundesstaaten wie Florida oder wie Tennessee und viele andere in den USA Werbung gegen den WHO-Pandemie-Vertrag. Sie sagen, nein, wir werden deutlich nicht machen. Genauso aber auch in Deutschland beispielsweise. Die AfD hat einen Antrag gestellt, gegen den WHO-Pandemie-Vertrag zu stimmen. Und dann wurde ganz klar die AfD hier komplett überstimmt. Es gab nur Enthaltungen und Gegenstimmen, außer die von der AfD. Sogar das Bündnis Sarah-Wagen-Klecht hat sich komplett enthalten. Und damit sollte man verstehen, es geht um Mehrheiten, es geht um Macht und es geht niemals um Interessen, die die Menschen am Ende des Tages alle bezahlen müssen. Eine Sache am Ende noch, Benjamin, und zwar, ich habe oft ein paar Mal von Florida gesprochen. Und auch hier wieder einmal hat es einen Grund, warum es einer der reichsten Staaten der Welt ist, obwohl die Inflation und die Wirtschaftskrise in den USA heftig sind. Obwohl man in Florida ein Bevölkerungswachstum hat, während die ganze Welt demografische Probleme hat. Und warum auch der Klimawandel, obwohl es am Wasser liegt, in Florida nicht zuschlägt. Und zwar, Florida und Louisiana haben ein Gesetz verabschiedet, dass Straatsbeamten die Richtlinien der WHO nicht befolgt werden müssen. Und 2024 hat man auch in Florida und anderen 22 Bundesstaaten einen Brief an Joe Biden verabschiedet, dass er die WHO-Pandemie-Vereinbarungen nicht unterzeichnet und auch klargestellt, bei allen Versuchen der WHO, die öffentliche Gesundheitspolitik und ihre Bundesstaaten einzugreifen, wird man sich in diesen 22 Bundesstaaten wieder setzen. Und das muss man sagen, ja, da werden Fakten geschrieben, da werden Fakten gemacht, von denen wir in Europa leider nur träumen können. Aber 2025 muss deswegen vermutlich, sollte es jetzt nicht gelingen, bis zum 27. Mai, trotz großen Druck das Ganze umzusetzen, werden wir 2025 wohl wieder etwas Neues bekommen. Benjamin, ich möchte noch nicht zu viel verraten, was da auf uns losgelassen wird, aber eines sollte uns klar sein, es geht um Nahrung und Wasser. Das werden die großen Themen sein. Und worum ich das weiß, das ist nicht, weil ich ein großer Hellseher bin und eine Klimakugel habe, sondern ganz einfach, weil ich den WEF-Fahrplan, der öffentlich Einseher ist, habe. Und da braucht man nur die Grafik anschauen und sieht die ganzen Punkte, die seit 2019 Schritt für Schritt akribisch, medial und mit Maßnahmen abgeweitet werden. Und die dickste Linie dabei, das sticht Ihnen ins Auge, ist extremes Wetter und Scheitern der Klimaschutzmaßnahmen. Also man weiß schon vorab, dass die Klimaschutzmaßnahmen scheitern. Ja, ist auch kein großes Geheimnis, dass sie scheitern werden, weil eines muss logisch sein, wenn Maßnahmen gemacht werden gegen etwas, das gar nicht real ist, und damit meine ich nicht den Klimawandel, sondern damit meine ich den menschengemachten CO2-Klimawandel, dann muss daraus natürlich auch erfolgen, dass sie scheitern werden. Und dann hat man ein neues Umzug, gegen was man eben vorgehen kann. Benjamin, aber wenn wir jetzt auf diese Grafik schauen, auf dieses schöne Bild schauen, dann in der großen Lotterie der Lotion und Eliten, was ist dein Tipp, was 2024 und 2025 da auf uns losgelassen wird? Hannes, das ist für Leute aus dem Finanzbereich relativ simpel. Wir müssen einfach nur südlich auf diese Grafik schauen. Und da sieht man schon National Governance Failure, State Collapse und Fiscal Crisis. Und ich glaube, das ist das Thema Nummer eins. Wir kriegen eine ganz große Staatenkrise. Manche Staaten werden sogar wirklich bankrott gehen im Sinne von hoher Inflation, explodierenden Zinsen und eben auch Asset Bubbles und Unemployment. Das heißt, wir werden in eine ganz, ganz große Wirtschaftskrise hineingehen. Hannes, 2025 wird, wie soll ich sagen, der inflationäre Crash, die inflationäre Depression immer mehr sichtlicher werden. Rohstoffpreise werden weit höher stehen wie heute, besonders aber auch die Ölpreise. Die sollten 2025 massiv marschieren anfangen. Aber Hannes, eines der Themen natürlich schlechthin ist die Krise der Nationalstaaten. Wir haben nicht mehr einen Aktienmarkt-Crash oder einen Immobilien-Crash. Wir haben einen Crash der nationalen Währungen und somit eine Staatenkrise. Das Ganze würde natürlich massiv Sinn machen, da wir 2024 das Superwahljahr haben, wo so viele Staaten, so viele Menschen auf der Welt wählen, zugleich wie noch nie. Und damit muss man sagen, ich denke 2024 werden wir noch den Punkt Cyberattacks und Information Breakdown ganz klar sehen, dass denn eben um diese ganzen großen Wahlen herum gespielt wird, dass die Staaten dann zum Kollabieren bringt und natürlich dann 2025, du hast angesprochen, Öl und Gas beginnen zu sprechen und damit zugleich, natürlich wenn die Inflation außer Kontrolle ist, haben wir natürlich auch die Food- und die Nahrungs- und Wasserkrise vor uns. Das ist der Tipp der göttlichen Komödie, der uns vorgespielt wird. Wir sollten aber mittlerweile erkennen und es nicht machen, wie 31 Prozent der Deutschen in die Angst vor etwas gehen, sondern wir sollten erwachen, aufwachen und erkennen, was Covid war und was der menschengemachte Klimawandel ist. Wir sollten erkennen, was Politiker und Medien mit unserer Heimat und Wissenschaftler mit unserer Umwelt machen. Wir sollten erkennen, was Mediziner und andere Politiker mit Gesundheit machen und die ganze öffentliche Meinungsmache mit unserem eigenen Verstand macht. Es ist Zeit, aufzuhören, rauszukommen aus der Angst vor dem bösen Virus, von den bösen Russen und auch vor dem Klimawandel. Ja, sogar vom bösen schwarzen Mann sollten wir aufhören, Angst zu haben. Und es ist Zeit, mutig in eine neue Zeit hineinzugehen, sich zu vernetzen, als Community stark aufeinander zuzugehen und damit neue Wege zu gehen. Im Verbindeten, nicht im Vertrennenden. Es ist Zeit, etwas aufzubauen und nicht etwas niederzureißen. Und genau das haben wir bei Invest in Best vor. Die Verbindung, genau um das geht es bei uns bei Invest in Best. Wir wollen die Dinge wieder verbinden. Wir sehen von der Spaltung ab, die überall in der Welt gelebt wird. Und deswegen gibt es auch jetzt bei Invest in Best eine neue Telegram-Gruppe. Das heißt, alle Invest in Best-Mitglieder sind vereint, verbindet in der Invest in Best-Community. Alles, was ihr dafür braucht, ist eine Invest in Best-Mitgliedschaft, die weniger als einen Euro pro Tag kostet pro Jahr, ist es auf jeden Fall wert, Hannes. Und ganz wichtig, dieses Video heute, das so fantastisch ist, hat es verdient, geteilt zu werden. Also teilt dieses Video verdammt nochmal mit euren Freunden oder in allen Gruppen, wo ihr seid. Weil eines ist klar, Leute, 2025, wie Hannes schon gesagt hat, wird ein Jahr werden, dass wahrscheinlich ganz viele Leute vom Huck haben werden. Und wir bei Invest in Best gehen mit Bewusstsein in diese neue Zeit hinein. Wir fürchten uns nicht, wir sehen die Chancen und dann bauen wir gemeinsam eine neue Welt auf. Das ist der Anspruch an jeden von euch. Und ich glaube mal, jetzt ist dafür die richtige Zeit. Bis zum nächsten Video am Donnerstag, wo wir anschauen, warum Deutschland und besonders deutsche Investoren endlich anfangen sollten, richtig Geld in die Hand zu nehmen. Ganz richtig. Bis Donnerstag. Tschüss, Leute. Bis Donnerstag. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.